Ja, Bewegung und damit sind wir wieder unterwegs, heute wieder nicht mit dem T1 wie ich das gesagt habe, sondern auf einer neuen Map sehe ich gerade mit dem T1-Panzer. Eigentlich, und nicht nur eigentlich, sondern er ist mein Lieblingspanzer im Moment, den ich freigestellt habe. Er hat starke Durchschlagskraft, er ist sehr stark in der Panzerung mit dem was ich bisher habe und auch mit der Geschwindigkeit kann man mithalten. Wobei ich sehe, der hier, der Akio, mit dem vierte Stufe, Panzer 24, hat natürlich auch seinen Spaß, jetzt müssen wir mal konzentrieren. Oh. Okay. Soviel zu, äh, starke Panzerung. Da war der M2 Medium dran. Ja, das ging nur so schnell, als ich dachte, deswegen... So, und damit sind wir natürlich wieder in einer neuen Runde, das habe ich natürlich damit gemeint, äh, Sinn ist, die Runde war viel zu kurz. Und zwar bin ich hier ein bisschen, ein bisschen später reingekommen... Er hat das alles, die Schöne ist nicht mehr so 지났iert. Aber ich habe nicht mehr so viel zu viel mehr, ich habe zu sehen, wenn es nicht mehr so viel zu tun ist. Soviel zu tun, dass ich mir nicht mehr so viel zu tun kann... Es gibt die Schlange, die Schöner ist, die Schöner, die Schöner ist, wie sie die Schöner ist. Und das ist der Schlange, die Schöner ist. Das war zu viel Ja, aber was macht denn Was macht denn der Kommandant? Was ist jetzt seine Aufgabe? Das müsste man eigentlich nochmal erklären Beziehungsweise erklärt bekommen Was die Aufgabe Der sämtlichen Leute ist Die Kette wurde getroffen Sie werden jeden Moment reißen Die haben uns eine Kette abgeschossen Von wo? Von wo? Von wo? Deswegen ist der Kommandantant drin Wo ist? Ach da! Na gut, dann ist das eben die Folge gewesen Wenn ich dir ganz breit gefallen hab, dann algum rum Wenn nicht dein Daumenstritten kommt, aber dann Natürlich mehr davon sehen, heute ist das auch nicht Das ist nichts Konzept, wenn wir uns sehen Ciao